Kommt der Mann! Ich brauche Kind, nicht mein Salonmann. Ich hasse alle Knechte von dem männlichen Geschlechte. Aus ungleichem Gefechte ziehen sie Rechte für die Nächte. Zwar wäre ich nicht hier, wenn meine Mami auch so dächte. Doch ich hab Dächt. Doch schaut man! Wie kann man solche Lumpen lieben? Schaut euch nur die Brut an. Wenn ich so einen Kraftwort sehe, kommt mir schon die Wut an. Denn die paar Haare auf der Brust hat jeder Arzt und Arzt. Ich habe Dich durchschaut, Mann. Kommt dem Mann! Was ist an diesem Heini denn schon dran? Die junge Maid, für die ein älter Herr, der Favorit ist, ist froh, dass er nicht fremd geht, weil er ruhiger von Genüt ist. Sie nennt es sicher Liebe, doch der Arzt nennt es Arthritis. Ich habe Dich durchschaut, Mann. Um Ausreden verlegen ist kein Mann mit seinem Gripze. Wenn er noch abends ins Büro geht, pack ihn gleich beim Schlitze. Er macht zwar Überstunden, ja, aber mit ner blunden Titze. Ich habe Dich durchschaut, Mann. Kampf dem Mann! An mich, da kommt die beste Mann nicht dran, Mann. Was wird von ihm versprochen, um die Maid zu unterjochen? Man muss ihm schnell entfliehen, wenn die Sinne in ihm kochen. Denn er kommt zwar in Stimmung, doch die Maid kommt in die Wochen. Ich habe Dich durchschaut, Mann. Bis nachts hab ich doch nachgedacht, allein auf meine Kissen. Es gibt doch Nächte, oh Mensch. Möchte man den Mann nicht nüssen. Das Schlimmste aber ist, dass denn die Kerzen oben noch wissen. Doch mich rührst Du nicht an, Mann! Gut. Ai, 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 ja. Ich habe Dich, das ist doch nicht. Ich habe Dich, das ist doch nicht.